hallo leute willkommen zur auslosung des ersten gewinnspiels wie ihr schon bekannt geht es um die schönen keksstempel hier die warten auch schon auf die gewinner es sind hier sechs stück also es gibt zwei gewinner es sind jeweils für jeden gewinner gibt es hier drei stempel aber ihr habt eine große chance hier was zu gewinnen weil es gibt nur sechs teilnehmer das ist besser für euch aber es gibt ja danach auch wieder eine verlosung das video lade ich auch gleich dann hinten drauf also das könnt ihr euch dann auch anschauen ja ich fang auch mit der auslosung gleich an ich habe das ganz einfach gemacht ich habe einfach so eine salatschüssel genommen und da sind die sechs leute drin die werde ich dann jetzt ziehen und gleich ankündigen also machen wir mal so damit ihr auch seht dass da auch kein fake dabei ist oder so so dann wünsche ich euch mal viel glück nummer eins mache ich noch nicht auf dann hier nummer zwei so jetzt lese ich mal die gewinner vor einmal 0 12 und nummer zwei ist nur nehmen also ihr zwei bekommt von mir eine e mail dann schickt ihr mir einfach die daten von euch dann lasse ich die stempel auf euch zukommen ich werde jetzt in meinem nächsten video dann wieder diesmal mache ich nur zwei keks stempel das könnt ihr euch dann gleich im anschließt anschauen auch verlosen es sind dann zweimal zwei stempel also es wird wieder zwei gewinner geben und wenn ihr noch bei einem gewinnspiel mitmachen wollt könnt ihr euch hier gerne auch das video von mir anschauen von mein minecraft schwert wenn da 50 kommentare erreicht werden dann werde ich das schwert auch verlosen also leute ihr habt gleich eine e mail danach schickt ihr mir einfach eure daten und dann schicke ich euch die keks stempel also viel spaß damit ciao